Hallo Leute, heute stelle ich euch meine Märklin-Balmorgan vor. Er macht Sound und wenn man jetzt hier drauf klickt, dann ist es rot. Und wenn man nochmal drauf drückt, dann wird es grün. Ja und das ist jetzt alles, was ich jetzt heute habe. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Gucken. Bim, bim, bitte Bahnübergang verlassen, Schranke schließt. Bim, bim, bitte Bahnübergang verlassen, Schranke schließt. Ich hoffe es hat euch dieses Video gefallen, abonniert unseren Kanal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Bahnübergang blinker.